Gary King ist die Figur, die ich bisher am liebsten gespielt habe, denn er ist im Endeffekt ein fieser Typ. Nichts für ungut, er ist das nicht absichtlich, er ist einfach getrieben, von seinem Wunsch wieder jung zu sein und die Tage seiner Jugend nachzuleben. Ich mag es, die Kneipentour als eine Art mittelalterlicher Kreuzzug zu sehen, mit einem extrem unverantwortlichen König Arthus an der Spitze. Das ist Gary King. Also, der Plan ist, wir fahren zurück nach Newtonhaven und nehmen die goldene Meile in Angriff, aber dieses Mal schaffen wir es bis ins World's End. Alle machen mit. Was, sogar Andy? Nick Frost spielt Andy Knightley, der mit 18 der ultimative Rugby-Proll- und Biervernichter war. Und dann gab es einen unausgesprochenen Vorfall, der ihre Freundschaft für immer beendet hat. Mr. Knightley? Da ist jemand, der sagt, er wäre ein Freund von ihm. Nein, das ist er nicht. Andy hat es zu etwas gebracht. Er ist ein langgesehener Anwalt mit Familie, der fährt so einen PS-starken Fünfer-BMW. Und Gary hat sich gar nicht verändert. Er ist genau der gleiche geblieben und das führt zu großen Spannungen. Was soll das Ganze, Gary? Wieso sind wir überhaupt hier? Wir wollen uns heute den Verstand auslöschen lassen. Martin Freeman spielt Oliver, der eine Mischung aus ein paar meiner Freunde ist. Er war in der Schule schon ein Juppie. Oliver telefoniert ständig, ist mit dem Kopf immer woanders, schließt Deals ab oder checkt Wirtschafts-News. Er wirkt immer ein wenig abseits der Gruppe. Schon in der Schule wollte er immer wie Gordon Gekko aus Wall Street werden. Und jetzt lebt er diese Fantasie aus als recht erfolgreicher Immobilienmakler. Gary, was ist zum Teufel? Ist echt schon nicht zu sehen, Omen. He's a killies. Sein Wunderpunkt ist, dass er eine hübsche Schwester hat, auf die alle Jungs stehen. Meine Figur ist Sam Chamberlain, die jüngere Schwester von Oliver, gespielt von Martin Freeman. Alles in anderen, was er wurde? Gary. Ihre Beziehung zu Paddys Figur, Stephen, ist süß. Sie waren verliebt ineinander, als sie jung waren, aber kamen nie zusammen. Sie war Stephens große Liebe als Teenager. Er verliebte sich Hals über Kopf in Sam. Er ist überfordert damit, wieder Kontakt zur Liebe seines Lebens zu haben. Und er spürt die Gefahr von Gary, der sich dreist an sie ranmacht. Also willst du? Stephen Prince ist der Junge, der an der Schule der zweithübscheste war. Wir nennen ihn immer den George Harrison der Gruppe. Stephen verliebte sich immer in Mädchen, aber Gary handelte schneller. Es gibt also diese Rivalität zwischen ihnen, seit Gary in der Schule immer triumphierte. Gary, es ist nicht mehr dasselbe. Und es liegt nicht daran, dass die Stadt sich verändert hat. Wir haben uns verändert. Ich spiele Peter. Ich spiele Peter. Er ist das Mauerblümchen der Gruppe. Er hatte nie Erfolg bei Mädchen und war nur Mitglied der Gruppe, weil sein Vater reich war und sie seinen Swimmingpool benutzen konnten. Und ich kann gar nicht Swimmingpool. Zu ihm geht Gary zuerst, weil er weiß, dass er Peter sofort für sich gewinnen kann. Er war immer sein Fan. Das ist irgendwo tragisch, aber auch süß. Peter vergöttert Gary. Gary war der coolste Typ an der Schule und deshalb wollte er immer mit ihm abhängen. Also selbst als Gary mit der Idee der Kneipentour ankommt und sie schon beide in den 40ern sind, ist das für Peter noch reizvoll, denn er ist immer noch so unsicher wie mit 16. Lass den Wettkampf beginnen!